Hallo und herzlich Willkommen zurück hier zu The Crew Wild Run, das Yano Summit, mit den PvP-Events heute hier beim, ja beim Yano Summit, komischerweise, äh, Ölprinz, heißes Rennen und, oh nein, ich hasse dieses Rennen, ich hasse dieses Rennen, ich hasse dieses Rennen, ich hasse dieses, mit dem besten Autofahren, Gott sei Dank, KTM. Ich bin das, ich bin schon fast alle Rennen einmal gefahren, okay, ich hasse dieses Rennen, obwohl ich da gar nicht so schlecht war, äh, ich hasse es, yo, wie viele spielen hier mit? Hallo, es ist Samstag, 12 Uhr, da fahren viele. Scheiße, der geht, der bremst ab, was tut mir, der eine bremst ab und fährt dann voll in das Auto rein. Das war ich, weil ich gedacht habe, ich bremse ab, äh, und kriege die Innenkurve, merke dann, scheiße, das fehlt nichts, die Bremsen von dem sind irgendwie so, überhaupt nicht da, vorhanden. Äh, ich denke mir so, scheiße, jetzt muss ich die Auskurve nehmen, da war ich aber schon knapp, äh, dran. Oder, und dann konnte ich halt nicht mehr ausweichen. Es ist halt, dieses Rennen, ähm, hat alles, was ich nicht mag. Das war ungünstig. Was? Das war ungünstig. Ja, da hat er einen Fehler gemacht. Juck, seh ich. Nooo! Geil, den hab ich noch erwischt. Okay, jetzt einfach die Leitplanke nutzen. Du, die Spiel ist da für uns, da will ich mal. Hä? Hä? Hallo? Fahr doch. Ja. Ja, steht. Okay. Der, was gibt mit dem Einladen, man? Ja? Der ist aber echt hardcore, man. Der ist auch schon, äh, 26 Jahre alt. Ich probier mal was aus. Oh, so ziemlich ist eine Leitknocke. Ah, geil! Meine Auffalljagd startet wieder. Ich bin wieder an. Und meine Verteidigung startet. Was? Meine Verteidigung von Platz 2 startet langsam. Das sind voll die Nubels. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie so in 5 Sekunden gestanden bin und sie einfach wieder aufgeholt hab. Mei, die fahren halt nur, weil sie fahren wollen. Ha, yo, ich zieh die grad übel ab. Ich zieh die ab wie Tesafilm. Ja, eigentlich schon eher wie Klebeband. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mag's irgendwie nicht mit Motorrädern zu fahren. Nö, ich auch nicht. Was? Ist jetzt... Also, es könnte vielleicht daran liegen, dass ich einfach nicht kann. Aber ich finde, so schlecht fahre ich nicht. Ich fahre nicht extrem gut, aber ich fahre halt auch nicht extrem scheiße. Wie fahre ich dann grad? Äh, besser als ich. Okay, gut. Du fährst auf jeden Fall besser Motorrad als ich. Ah, geil, da hat jemand einen Fehler gemacht. Hahaha, tschüssi. Ich will nicht sagen. Von 6er oder 7er, ich weiß es nicht mehr, auf 4. Der ist schon im Ziel, alles klar. Weil ich komm niemals ins Ziel. Oh, fuck you. Es macht mir einen zurück. Nein, 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 jetzt verlieh ich den Platz. Das kann nicht sein, Alter. Nein, 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 du gibst nicht in mir, Fremdchen. Gott sei Dank. Nein, nein, es geht richtig knapp, Alter. Ja, why do you always win, Alter? Nein, ich find's ganz minimal vom Ziel gewesen. Man, jetzt hätte ich euch, hatte ich grad auch noch ein bisschen aufgeholt. Schade. Es ist halt irgendwie, ich fahre nicht konstant. 2900. Jawoll. Boah, 16.000 Bucks hab ich bekommen. Voll gut, das ist schon. Ist das irgendwie, ich fahre, mach einen Fehler, bin hinten und hole dann wieder auf. Dann bin ich dran, mach wieder einen Fehler. Also ich bin, ich bin einfach nur scheiße. Kann man nicht anders auch. Ich würde lieber bisschen weniger Fehler machen. Ich kann, ich kann auch es ist egal. Scheiße, welches Rennen war cool. Irgendein Rennen war richtig cool. Okay, hab's gefunden. Was ist denn, wo stehe ich eigentlich? Oh, man. Ich bin der Einzige, der Traffic ausmacht und Kollisionen anmacht. Kollisionen ist das Beste. Man muss die anderen weghauen müssen. Okay, meistens trifft's eh mich, aber... Ja, das ist aber echt zu, mich trifft's eigentlich zu... Keine Ahnung. Oh, das Rennen habe ich gewonnen. Das habe ich gewonnen. Okay. Ähm, ja, es trifft eigentlich echt... ...immer mich. Also, mich trifft's mindestens einmal im Rennen, dass mich einer weghaut. Also, ich habe da einen jetzt geschrieben, dass wir so um zwei kommen. Ja. Okay, keine Kulisse. Das dachte ich mir schon. Du fährst mir nicht ohne Grund rein. Was? Du fährst mir nicht ohne Grund rein. Ja, ich bin der Gelbe. Ja, bin ich. Ja, verpulverte ein ganzes Nitro für meinen Wittschatten. Das ist ganz glücklich von dir, wenn du so... Der, ich? Oh Gott. Nein, der andere. Bist du da gerade eiskalt drüber gesprungen? Konntest du da drüber springen? Schaut's aus. Du bist doch so ein Lack-Affe, alter. Weißt, jeder, der diese... Diese Ecke da abkürzt, so... Jeden haut's rum. Außer einen. Und er ist gelb. Ich bin sogar ein Hardcore-89-Dramann. Yeah. Oh, der ist richtig Hardcore. Muss aufpassen. Weißt du was? Das hört sich an wie so ein Pornostar. Äh. Vielleicht ist er ja einer. Mhm. Oh, scheiß ich. Du gehst auf so ne Seite. Und dann steht da so... Hardcore-89. Aber was für ne Seite denn, Jonas? Na, weißt du, diese Seiten halt. Scheiß, ich komm nicht an euch ran. Ah doch, jetzt bin ich an euch reingekommen. Hey, wieso komm ich jetzt an euch ran? Wissen Sie nicht. Ich hab irgendwie Zeit verloren und auf einmal war ich viel schneller. Oh, jetzt nicht mehr. No, no, no. Was macht mein Auto? Was macht mein Auto? Ach, yo, ruhig. Hardcore ist vor mir. Hat er einen Fehler gemacht? Jo. Geil. Das war aber gerade viel zu langsam. Doppelführung. Oh, jetzt zieht er mir... Oh, jetzt hat er Windschatten gehabt. Okay, jetzt haben alle Windschatten vor mir. Bin ich der Bimbo der anderen schon wieder hier? Ja, ich anscheinend nicht. Ja, doch, du auch. Ja, dann mittlerweile auch. Ey, wie lange geht denn das Scheiß dann noch? Was macht man in Kamera? Was macht man in Kamera? No! No! Er muss sich immer bis hin und zu sich. Mich hat's gedreht. Okay, ungünstig. Ach, scheiße. Ich war gerade am überholen. Ja, was macht mein Auto? Und Hardcore. 980 Volt. Ach, man. Das ist wieder so typisch. Wir fahren vorne mit. Und dann spockt bei mir irgendwas rum. Und meine Kamera machten. Haha, er hat Fehler gemacht. Ah, scheiße, ich auch. Wohin, wohin, wohin denn? Yo, was macht der Kerl? Den hol ich mir. Nein! Nein, weil die liegt. Nein! Fahr, 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 fahr. Junge, ich fahr, fahr, fahr. Nein, den holt mich. Nein, den holt mich. Nein, den holt mich. Nein, den, 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 den. Ich fahr vor ihm. Ehehe jo das wurde knapp da muß ich mir jetzt die zeit anschauen oder mein internet war einfach wieder besser jo, dein internet?!? es ist auch nicht auf das was echt knapp die Strecke richtig abziehen dann weißt du wo du langfahren darfst und wo nicht und wo Steine sind und wo nicht 2700 Star, jawoll! Yow, schau dir die Zeit mal! Klappe als manche Sven Boah, dieses Mal habe ich eigentlich voll wenig Geld bekommen Na komm, klar Ich werde dann noch ein Rennen machen in dem Park Klappe als ich glaube ich bin sicher platziert Klappe als ich glaube ich bin sicher platziert äh, viele, viele Plätze Ja, ich sollte mittlerweile auch Gold sein Ich sollte die Linie an Platte rankommen Wie viele Summits hast du schon gemacht? Wie viele Summits? 25% Ist eine Servo Wahrscheinlichkeit Was? Das Motorrad kriegst auch wenn du nur Gold bist Okay Ja gut, äh, es sieht danach aus Als würde dieser Part jetzt hier enden Ja Genau, deswegen danke fürs Zuschauen Und schaltet nächste Woche wieder an, dann gehts hier weiter mit den nächsten PvP-Events Ähm, ja, nicht vergessen, einschalten Bis nächste Woche, ciao! Servus Ja gut, äh, was macht man da? Ja, ich würd sagen Spielbänen Gut Alt E4 Ja, Swerg 9 hat es auch schon verlassen Ja Checkt nach Sau